An die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. 2. Petrus 1, Vers 1, Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, Gott möchte, dass wir, wenn wir mit dem Heiliggeist erfüllt sind, wie unser Herr Gerechtigkeit lieben und Gesetzlosigkeit hassen. Es gibt einen Ort für uns in Christus Jesus, wo wir nicht mehr unter Verdammnis sind, sondern wo uns der Himmel immer offen ist. Gott hat eine Sphäre göttlichen Lebens für uns geöffnet. Halleluja! Nun, in dieser Sphäre, in der es grenzenlose Möglichkeiten, schrankenlose Macht und zahllose Ressourcen gibt und wo wir den Sieg haben über alle Macht des Teufels, da sollen wir uns bewegen. Sind wir erfüllt von dem Wunsch, in dieses Leben wahrer Heiligkeit vorzudringen und nur Gottes Ehre zu suchen, kann niemand unser Vorankommen aufhalten. Aber da dürfen wir uns hinterfragen. Was ist unser Antrieb? Was ist das Motiv? Und sind wir von dem Wunsch erfüllt? Sind wir von diesem Wunsch erfüllt, in dieses Leben wahrer Heiligkeit einzutreten? Nun, ich kann es für mich mit Ja beantworten. Kannst du es auch? Und ist dein Leben Ausdruck davon? Durch den Glauben erkennen wir, dass wir eine gesegnete und herrliche Gemeinschaft mit unserem auferstandenen Herrn haben. Als er auf Erden lebte, sagte uns Jesus, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Johannes 14, Vers 11 Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke, Vers 10 Und er betete zu seinem Vater nicht nur für seine Jünger, sondern auch für die, die durch deren Zeugnis an ihn glauben würden. Damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 21 1. Johannes 4, Vers 4 2. Petrus 1, Vers 2 2. Gnade und Friede können uns nur dann immer reichlicher zuteil werden, wenn wir im Glauben leben. Abraham erreichte den Ort, wo er ein Freund Gottes wurde, weil er Gott glaubte. Jakobus 2, Vers 23 Er hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Ihm wurde Gerechtigkeit angerechnet, weil er glaubte. Es geht hier nicht um Taten, nein, es geht allein um Glauben. Aus keinem anderen Grund. Als er, Abraham, Gott glaubte, wurde er gerecht gesprochen. Nun kann das auch für andere gelten. Für dich und für mich. Aber ja, natürlich. Und es soll für alle anderen Menschen auf der ganzen weiten Welt gelten, die errettet und gesegnet sind. Ebenso wie für den gläubigen Abraham. Nun, manche Menschen sind ängstlich. Denn wenn für sie gebetet wird, geschieht nicht sofort das, was sie erwarten. Sie behaupten zwar zu glauben, aber du siehst, dass sie in Wirklichkeit von ihrem Unglauben aufgewühlt sind und lieber daran glauben, dass Gott nicht alles zu geben vermag. Oder nun, dass sie vielleicht die Krankheit von Gott haben, weil er ihnen etwas damit beibringen will. Oder Mangel oder andere Herausforderungen. Ja, Gott schickt uns in Prüfungen. Aber was er uns sagt ist, dass er in seinem Sohn alles Leid von uns genommen hat. Dass er in seinem Sohn allen Mangel von uns genommen hat. Dass er alles Leid, alle Sünde von uns genommen hat. Und es geht nur noch darum, dass wir glauben und wirklich im Namen Jesus die Heilung, die Versorgung und all das annehmen, was Gott für uns bereithält. Das sind seine Verheißungen. Und so ist es, wenn gebetet wird, auch für dich, dann glaube. Glaube daran, dass geschehen wird. Glaube daran, denn Jesus hat gesagt, wir werden bekommen, worum wir den Vater in seinem Namen bitten. Nun musst du dich fragen, ist tatsächlich der Glaube stärker als jeder Zweifel. Abraham glaubte Gott. Und so sollst du ihm auch glauben. Du kannst ihn zu Sarah sagen hören, Sarah, in dir ist kein Leben und in mir ist nichts. Aber Gott hat uns seinen Sohn verheißen und ich glaube Gott. Diese Art Glauben ist eine Freude für unseren Vater im Himmel. So will er dich glauben sehen. Diesen Glauben sollst du haben, den Glauben Abrahams. Den Glauben seines Sohnes. Ja, das ist die Freude, die du in deinem Herzen tragen sollst, dass Gott für dich da ist. Dass Gott heute derselbe ist, wie er damals war. Wenn wir Gott glauben, lässt sich gar nicht sagen, wo der Segen unseres Glaubens aufhören wird. Weil er wird nicht aufhören. Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wirst du gehen und du wirst erfahren, was es bedeutet, im Glauben zu wandeln. Ein Licht in dieser Welt zu sein. Wieder das Salz zu sein für diese Erde. Lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus komme ich vor deinen Thron und ich danke dir, dass du nie müde wirst, für mich da zu sein. Die Arme immer offen, immer weit offen für mich als dein Kind. Ich will den Glauben Abrahams. Ich will deinen Glauben, sodass ich nie wieder zweifeln werde. Befreie mich im Namen Jesus von allem Unglauben, von allem Irrglauben. Denn auf deinem Wort will ich stehen. Nie wieder will ich schwanken. Also lass mich befreit sein von allem, was die Welt auf mich gelegt hat. Im Namen Jesus will ich deine Verheißungen annehmen und diese frohe Botschaft zu den Menschen bringen. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es Liebe und Frieden, um den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.